Jalit kocht mit Produkten aus der Region für die Region. Grüezi miteinander. Heute bin ich zu Eva und gehe zum Hans Felder. Da hole ich die feinen Servalat für mein heutiges Rezept. Hans, was macht ein guter Servalat aus? Ein guter Servalat macht aus frisches Fleisch. Wir nennen dazu Schweinefleisch, Rindfleisch, frischen Speck, auserlesene Gewürze und dann natürlich am Schluss das feine Raucharoma. Wie lange wird geräuchert und mit was? Der Rauchprozess dauert in etwa 20 Minuten und wir brauchen dazu Sagemel. Was sind das für Gewürze? Sind das normale oder ganz besondere? Die Sonderheit an den Servalat ist, dass wir neben Salz und Pfeffer auch Majoran drin haben. Das ist eigentlich die einzige Wurst, die man drin findet. Wie isst du den Servalat am liebsten? Ich habe ihn auf zwei Arten sehr gerne. Kalt, einfach auf ein Brettchen aufgeschnitten oder dann natürlich gerne vom Holzkollengrill. Danke vielmals, Janit, für den Besuch. Ich hoffe, es hat dir gefallen bei uns in der Schweiz. Ich übergebe dir gerne die Servalat. Danke vielmals. Ich nehme mich sehr gerne nach Hause und mache dort einen köstlichen Wurstkässalat. Servalat Schelle, halbierse und schneide Stückchen. Aus dem Pilatus Glickkäse mache ich Würfelchen. Bundzwiebeln rüste und schneide eine feine Scheibe. Mit einer Snackgurke mache ich das genau gleich. Die Radiesel habe ich fein hobelt. Und aus dem Schnittlauch mache ich kleine Ringchen. In einer Schüssel gebe ich eine gute Portion Senf. 4 Esslöffel Apfel-Essig. 8 Esslöffel Rapsöl. Salz und Pfeffer rein. Und rühre es gut. Zuerst gebe ich den Käse und die Servalat in die Soße. Mache es untereinander. Und lasse es ein wenig ziehen. Jetzt komme ich die Bundzwiebeln, die Radiesel, die Snackgurken und der Schnitlauch dazu. Alles gut mischen, anrichten und noch mit einem Ei dekorieren. Jetzt brauche ich nur noch ein fein Stück Krustenkranz dazu. Und die ganze Welt kann warten. Und dann noch etwas. Den Tipp, respektive Info, habe ich diesmal von Hans Felder. Er sagt, die Servalat ist die beliebteste Wurst in der Schweiz. Im Durchschnitt ist jede Person 21 Servalat pro Jahr. Bei mir sind das aber ein paar mehr. Bis zum nächsten Mal. Dann bin ich bei Jonas Bug in Heunenberg. Janett Kocht mit Produkt aus der Region für die Region. melke Sprecher! Ich bin bereit! In der Region für Figuren. Dana, Fran dass die inverse calle. Du bist foods zu Fohlen. Versuche sind acht 001-IMG Sch inch 很 Baby. Alles Zeit Tucumabe sind Clear. Untertitelung des ZDF, 2020